Lass es uns doch sagen, wie es ist. Der Hauptgrund, warum wir ADHS-Brains oft chronisch gestresst sind, ist die ADHS selbst. Lass mich erklären. Ich hatte auf mein letztes Video zum Thema chronischen Stress einen nicht ganz so netten Kommentar erhalten. Und zwar fand die Person, du bist viel, viel, viel zu absolut. Ich falle in das ADHS-Spektrum und bei mir entsteht Stress aber ausschliesslich aufgrund von Unstrukturiertheit und Unfähigkeit, Dinge zu tun, die gerade notwendig sind und das fehlende Erreichen von Zielen dadurch. Alles andere, soziale Kontakte, Reize, Arbeitsumgebungen, kann ich lesen und spielen wie ein Brettspiel und Teile davon, wie beispielsweise soziale Kontakte im Festivals, sind meine grössten Energiegeber. Das geht nicht nur mir so. Nicht jedes bunte Brain ist gleich und deine Aussagen sind viel zu einseitig formuliert, um guten, aufklarenden Content darzustellen. Okay, mal abgesehen davon, dass es in diesem Video zu chronischem Stress nur meinem bestimmten Bereich ging, nämlich chronischen Stress mehr im Job und es um Theorien von Heiner Lachenmayr ging, der sich ja diesem Thema verschrieben hat, habe ich auch niemals behauptet, ich hätte die einzige Lösung und ich habe auch ganz klar gesagt, dass ich nur einige Gründe beleuchten werde. Aber gut, dieser Kommentator oder Kommentatorin hat aber einen validen Punkt, nämlich der, dass ganz, ganz viele von uns, ADHS-Brains, genau im Zentrum damit strugglen, dass wir damit strugglen, Ziele nicht zu erreichen, die wir uns gesetzt haben, dass wir gefühlt so unstrukturiert sind, um überhaupt auf diesen Weg zu kommen, dass wir Dinge vergessen, dass wir unter Druck sind, dass wir nicht so gut planen, also besser gesagt planen können, ja gut, aber durchführen können. Und das immer wieder an diesen Dingen gefühlt zu zerbrechen, das löst natürlich mega viel Stress aus, auch bei mir. Ich kenne das nur zu gut. Ich habe über 40 Jahre mit diesem Zustand mehr oder weniger gelebt. Und genau darüber möchte ich heute sprechen in diesem Video, über diese eigentlich Kernsymptomatiken der ADHS, die solchen Stress auslösen und auch über Wege nachdenken, wie wir diesen Stress auch ein bisschen verringern können. Und jetzt ganz wichtig, auch heute gibt es keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Ich teile einfach meine Erfahrungen und mein Wissen auch aus den Coachings und was ich sonst so aufsauge auf dem Internet. Ich sammle quasi auch verschiedenste Informationen zusammen. Und nein, es sind nicht alle gleich und nicht alle Strategien funktionieren für alle. Es ist sowieso superschwer, genau passende Strategien zu finden für uns. Nimm die einfach raus, was für dich passt. Und das passt eigentlich eben auch gleich zu der Thematik, die ich nachher ansprechen möchte. Also all diese Punkte, die die Kommentatorin oder der Kommentator aufgezählt hat, mit dieser Unstrukturiertheit, der Unfähigkeit, Dinge zu tun, ich zitiere, die gerade notwendig sind und das fehlende Erreichen von Zielen dadurch. Das ist doch, wie schon gehabt, wirklich eigentlich Teil der Kernsymptomatik von ADHS. Es sind die exekutiven Dysfunktionen und auch viele Coping-Mechanismen, die nicht so gut sind, die halt auch mit undiagnostizierter und unbehandelter ADHS mitkommen. Es geht also um die Struggles mit der emotionalen Regulierung, mit der Selbstregulierung, Struggles mit Priorisieren, Struggles mit Dranbleiben und auch Struggles mit dem Umfeld, das teilweise echt einfach nicht zu meinem oder deinem Brain passt. Und natürlich sind diese Struggles so unterschiedlich gelagert bei allen. Um einige einfach mal aufzuzählen, vielleicht kennst du das ja. Also so viele von uns haben ständig das Gefühl, im Rückstand zu sein, also entweder direkt oder im übertragenen Sinne. Wir sind vielleicht unpünktlich und müssen irgendwo hinstressen oder wir sind nicht gleich weit vielleicht wie unsere Peers, weil wir mit gewissen Dingen ein bisschen länger brauchen. Immer haben wir das Gefühl, wir hetzen hinterher. Und das ist ja irgendwo durch auch so, denn es ist manchmal ein bisschen so, als hätten andere einen Lift, um ins oberste Stockwerk zu fahren, also zum Ziel zu kommen und wir müssten das alles mit der Treppe erledigen. Und natürlich löst das Stress aus, weil wir ja ständig quasi am Hetzen sind. Und durch das Vergleichen mit anderen fühlen wir uns oft auch minderwertig. Und das wiederum gibt wieder einen neuen Layer für weiteren Stress. Oder vielleicht bist du auch häufig überstimuliert oder unterstimuliert von der Umgebung. Oder du hast bestimmte Ängste, irgendwas zu vergessen, irgendwas falsch gemacht zu haben, irgendjemanden enttäuscht zu haben. Oder du hast sie vielleicht schon mega lange bei jemandem nicht mehr gemeldet. Und du hast ein schlechtes Gewissen. Und auch das löst unglaublich vielen Stress aus. Oder es können auch vermeintlich so kleine Sachen sein, wie Dinge zu Hause zu vergessen, wieder zurückgehen zu müssen. Oder, das habe ich die ganze Zeit, immer wieder in die Tasche zu schauen, um wirklich sicherzustellen, habe ich alles dabei. Das sind so teilweise ganz kleine Sachen, die sich natürlich gegenseitig aufschaukeln, unsere Nerven strapazieren und diesen chronischen Stress begünstigen. Das muss nicht zwingend sein, dass du deswegen chronisch gestresst bist. Es sind nicht alle gleich, wie gesagt. Aber es ist sicher, auch wie in diesem Kommentar steht, eine häufige Erscheinung. Und Stress muss sich ja auch nicht immer chronifizieren. Auf jeden Fall. Es gibt ja auch einfach Phasen. Aber ich schweife mal wieder ab, denn ich habe nicht gescriptet. Und das ist eigentlich nie eine gute Idee. Ich weiss nicht mal, ob mein Video so far Sinn macht. Auch etwas, was mich manchmal ein bisschen stresst. Nämlich das nicht so tolle Kurzzeitgedächtnis. Und was gibt es noch? Es gibt Erwartungen, bei denen wir das Gefühl haben, sie nicht erfüllen zu können. Es gibt so Menschen wie mich, die einfach völlig überperfektionistisch sind und sich ständig unter Druck setzen. Dann ganz viele, das kennst du vielleicht auch, müssen sich verstellen, den lieben langen Tag. Vor allem im Falle von Audios, kommt das sehr häufig vor, oder Autismus. Das zieht an der Energie. Und wenn wir schon bei Energie sind, ganz viele von uns haben Energieschwankungen. Und wenn wir unser Leben nicht nach diesen ausrichten können und uns pushen müssen, die ganze Zeit in irgendwelche Sachen, sei es ein Job oder sonst was, was wir machen müssen, natürlich löst auch das wieder Stress bei uns aus. Mein Punkt ist, es ist unmöglich, in einem Video all die Gründe für chronischen Stress darzustellen. Andererseits kann man echt auch vereinfachend sagen, so toll ADAS-Eigenschaften manchmal auch sein können, ADAS verursacht und Stress. Okay Simone, und was mache ich jetzt mit all diesen Informationen? Fragst du dich jetzt vielleicht? Und das ist das Ding. Einerseits brauchen wir alle für uns eine Lösung, um mit diesen Stressoren umzugehen. Und andererseits gibt es leider einfach nicht den Hack. Nicht den Lifehack gegen Stress. Nicht die Lösung und nicht die Strategie. Nicht mal ADAS-Strategien, die da in irgendwelchen Büchern stehen, passen zu allen. Sie passen eigentlich zu den meisten nicht. Und darum geht es halt. Es ist super individuell. Und so Lösungen zu finden, kann verdammt anstrengend sein. Ich weiss es ja auch selbst. Es ist eine Reise und es ist viel Trial and Error. Ich sage aber einfach immer, nicht zu versuchen, ist das Schlimmste. Unser Schicksal quasi dem Umfeld zu überlassen oder anderen zu überlassen, ist das, was uns am wenigsten in der Kontrolle hält. Darum finde ich wirklich messy Action, ausprobieren, testen, neu testen, wenn es nicht funktioniert. Seien wir ehrlich, die meisten Strategien, auch wenn sie funktionieren, funktionieren irgendwann nicht mehr und dann müssen wir sowieso wieder neue finden. Also, hier dürfen wir echt einfach mal ein bisschen im Moment leben, sofern das geht. Ich bin nicht so gut darin. Und da kommt eben das zum Zug, was ich meine, wenn ich sage, wir müssen mit unserem individuellen Brain arbeiten. Es gibt keine fertige Lösung. Was es gibt, sind quasi Buffets an Optionen. Und die kommen aus solchen Videos wie von mir oder vielen anderen Creators. Sie kommen von TherapeutInnen, sie kommen von Coaches oder aus Büchern, was auch immer. Und du bist angehalten, aus diesem Angebot dir das rauszuziehen, was dir am meisten entspricht. Und was ich hier super wichtig finde, ist auch, es müssen eigentlich immer Dinge sein, die zwar einen Anfangsaufwand haben, es braucht ironischerweise immer exekutive Funktionen, ein neues System oder eine Strategie zu etablieren. Aber es darf keine Pain sein, keinen Schmerz oder Stress auslösen, diese Systeme oder Strategien aufrecht zu erhalten. Weil darin sind die meisten von uns, viele von uns einfach nicht so gut. Wie gesagt, ich spreche nicht für alle. Die Frage ist also, was sind in deinem spezifischen Falle die Stressoren, die dich am meisten aus der Bahn werfen? Was brauchst du, um weniger gestresst zu sein? Oder besser gesagt, was ist es denn jetzt genau? Und was kannst du tun, um diese Stressoren vielleicht ein bisschen abzubauen? Weil du kannst es nicht immer beeinflussen. Es geht aber darum, die Stellschrauben, metaphorisch gesprochen, zu finden, die du verstellen kannst. Denn sehr, sehr oft lösen sich dabei auch andere Geschichten oder es wird energiefrei, um Lösungen zu finden für anderes. Dann darfst du dich fragen, kriege ich irgendwo Hilfe zusätzlich, wo ich sie bis jetzt noch nicht geholt habe? Kann ich Dinge einfach komplett streichen und abgeben? Gibt es Dinge, die ich eigentlich gar nicht machen muss in meinem Leben? Bin ich im richtigen Arbeitsumfeld? Bin ich im richtigen Job? Kann ich da irgendwas verändern? Bist du gerade in korrekter Behandlung deiner ADS-Symptomatik? Weil ganz ehrlich, ohne das ist es einfach drei-, viermal so schwer. Ich bin mir bewusst, dass es mega schwierig ist, in Therapie zu kommen oder das richtige Medikament zu finden und so. Ich möchte das gar nicht darunter spielen, aber selbst wenn du dich ein Jahr auf die Warteliste setzen musst, es lohnt sich, denn quasi das so zu raw doggen, sagt man auf Englisch, ist einfach super, super schwer. Also hol dir Hilfe, denn damit kannst du deinen Stresspegel schon ziemlich fest senken, ist einfach meine Erfahrung. Und dann, was stimuliert dich vielleicht positiv? Was entstresst dich im Alltag? Hast du irgendwelche Selbstregulationstechniken, die dich nicht zu Tode langweilen oder die nicht irgendwelche schlimmen Ängste oder Stress auslösen zusätzlich, ist ja auch immer so ein bisschen ein Thema bei vielen von uns. Und ja, das Fiese ist, wie gesagt, das braucht alles Anstrengungen und exekutive Funktionen, um solche neuen Sachen zu etablieren und Veränderungen anzustossen. Diese Anstrengung, die kann man nicht umgehen. Und das ist jetzt nicht gemeint, du musst es einfach nur mehr versuchen. Nein, sondern damit ist gemeint, eine Anfangsanstrengung zu investieren, muss einfach sein, damit wir positive Veränderungen anstoßen. Aber das Gute daran ist, dass jede kleine Veränderung, jedes Umstellen der Schraube in die richtige Richtung hilft dir, ein bisschen stressfreies Leben zu führen. Mein Punkt ist, es gibt tausende von Gründen für deinen chronischen Stress und es gibt auch tausende von verschiedenen Lösungen. Wichtig ist aber, dass du die nimmst, bei denen du denkst, ah ja, das könnte passen und dann auf dich und deine Bedürfnisse anpasst, experimentierst und nicht gleich beim ersten Mal, wo es nicht klappt, oder bei der ersten Hürde gleich alles hinschmeißen. Es braucht einfach eine gewisse Zeit, bis sich Dinge etablieren. Und gerade, ach sowieso eigentlich, aber gerade bei so Themen wie Stress, der chronisch werden kann, lohnt es sich einfach auch, da zu investieren, denn es geht letztendlich um dein Leben. Aber das weisst du ja, sonst wärst du nicht hier. Also nicht vergessen, positive Veränderung ist möglich. Absolut, gibt es keine Frage. Die Frage ist einfach, auf welchem Weg. Und das bestimmst du selbst. Und du darfst dir dabei auch so viel Hilfe holen, wie du brauchst. So, ich habe jetzt sehr viel geredet und hoffe, dass du irgendwas mitnehmen kannst von diesem Video. Es ist so ein bisschen Summer-Style, nicht gescriptet. Es ist viel zu heiß in diesem Zimmer. Aber ich wollte halt doch mal wieder ein Video rausbringen. Ich hoffe, das passte so für dich. Und lass mir doch gerne einen Kommentar da, wenn du noch weitere Einfälle oder Vorschläge hast, wenn du Fragen hast oder ganz einfach deine Gedanken teilen möchtest. Und wenn du magst, schau doch gerne mal in meine Beschreibung rein oder in den ersten Kommentar. Da findest du den Link zu meiner Community, wo schon ein paar super coole bunte Brands unterwegs sind. Und du findest auch noch alle anderen Informationen, wo du mich findest und wo du mir folgen kannst. Und like doch dieses Video, wenn es dir gefallen hat. Und schenk mir ein Abo, wenn dir meine Videos allgemein gefallen. Und in diesem Sinne, danke fürs Dasein und bis bald. Tschüss.